Sheva, du kennst wo die Mines sind? Pass die Station, nicht zu weit von hier, folge mich. Guck auf deine Karte, sie führt ins... nichts. Also sie haben einfach nur... drauf gemalt. Ja. Was denn, ich wundere mich, wer war dieser seltsame... ...Japaner, du? Das war ein Koreaner. Was ein Koreaner? Ich wusste nicht, dass die Bese auch dort berührt. Keine Ahnung, vielleicht war es ja doch ein Japaner. Ah! Sorry, dein Arsch ist so... Ja, dann geh du vorne, hell dir. So, was haben wir hier? Warte mal. Du hast irgendwie was vergessen. Ich hab was vergessen? Ich meine, normalerweise hättest du jetzt so reinkommen müssen. Ah, ne, der Bahnhof ist immer secure. Ah, okay. Also du meinst, hier können uns keine Gefahren oder so erwarten? Ja, du vielleicht schon hinter diesem Ding, vielleicht schon, aber ich bin ziemlich angeschlagen und jetzt dann mein Special Move zu machen müssen. Ist das ne Claymore? Japp. Warum? Da, schau, ein Geier. Wo, 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 wo? Wie? Das ist ein Geier. Das ist ein Geier. Sieht eher aus wie, keine Ahnung. Und so ein hast du getötet. Zwei Stück. Ja, scheiße, ist drauf. Okay. Also jetzt? Ja, ich weiß nicht. Sobald mich jemand anfängt, sterbe ich. Ja, willst du laufen? Soll ich laufen? Willst du den Held spielen und schießen? Soll ich den Held spielen und schießen? Hm? Hm, ich weiß nicht. Womal hältst du das Spray, hm? Das beruhigt mich. Okay. Okay. Ich kann es auch nicht. Will ich mich heilen? Das sind wir uns. Ja, willst du schießen? Willst du nicht schießen? Nein. Es darum geht es jetzt erstmal. Nee, wenn wir sterben. Okay. Also lauf. Ich bekomme dir einen. Ich bekomme dir einen. Ich kann mich schützen, oder? Mir egal. Also stehe. So, ich schieße. Okay. Ich bin hier der Mann. Oh shit, hinter die. Oh shit, vor hier. Oh shit, über. Oh shit. 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 Just... I won't make it. Okay, warte, warte. Is der hier? Der Köter ist... What the! Da ist so'n fetter Schäferhund. Bah, what the... Ah, nein, nein! Ich bin nicht als Hundes... Nooooh! I'm da, oh... Ich... Ich hätt's geschafft, hätte nicht nochmal gefeuert. Er hat nicht nochmal gefeuert. Doch, er hat nochmal gefeuert. Ja, aber da war ich schon tot. Nein, warst du nicht. Doch, war ich. Ich hab doch die ganze Zeit auf deine Leiste geguckt, deine Stirbleiste. Sheva, you know where the mines are? Sheva, you know where the mines are? Nö. Pass die Station. Not too far from here. Follow me. Ja, shut the fuck up, Chris. Useless Retard. Ich will wieder Mitsuhiko haben als Partner. Wieder? Ja. Ich will Jill haben. Sie ist tot. Trotzdem will ich sie wiederhaben. Okay. Der hat trotzdem tot. Um mir das, wie sie sich gehört. Warte, komm mal her. Aber das hat doch gar nicht nötig. Noch was, sonst wären wir vorhin schon hier gestorben. Okay, aufschießen. Du, dann rennst du weiter und machst die nächste, okay? So, sehr schön. Wiederhol. Weißt du, ich kann auch, ich weiß auch selbst, was ich tun muss. Oh shit, oh shit, oh shit. Nach vorne. Sehr schön. Also bei mir hast du auch vollen Schuss abbekommen. Ja, du, nur bei mir. Toll. Unser Spiel ist nicht keiner. Shit. Tore mich nicht. Okay. Ich hasse es, wie unsere Präzisionspersonen wegen dem Ding in den Arsch geht. Ich hatte für unsere Präzisionspersonen, wir sollen nur überleben. Aber, oh, okay. Weißt du noch, als ich im ersten Run hier das Emblem abgegeschossen habe? Doch. Kamen nicht. Kamen nicht. Kamen nicht. Hab ich so, hab ich ohne Sniper abgeschossen. Kamen nicht hin. Feige. Und wie soll ich hier nichts? Hm? Da am Boden ist ein X. Ja, genau das. Sorry, ich dachte mit X, meinst du? Nein, X. Ja, pass auf, stell dich an die Kante, da ist auch ein X. Das hab ich gedacht. Nein, das ist X-Option. Okay, spring aber gut. Okay. Oh. Not bad. Hm? Not bad. Ja, aber was ist not bad? Ich weiß nicht, wo ist ja auch abgeschlossen. So. Reload. Ja, ich bin auch schon. Doch, wer hat das Ding geschlossen? Wer hat der Knopf gedrückt? Ey, du, keine Ahnung. Motz von E. Spencer. Okay, fuck. Das GPS ist nicht verfügbar. Okay, die Stelle haben wir noch überlebt, aber das überlegen wir nicht. Tja, wer nimmt jetzt das Ding? Willst du wieder? So wie immer? Also nein, soll ich wieder? So wie immer? Okay. Obwohl ich meine Munition habe und die Cycle-Knalle habe. Don't care. Aber du kannst das Ding nicht mal tragen. Ja, eben. Und du hast die schöne Ausricht. Ich will nicht auf deinen Fingst. Holy fucking crap. Was? Ich will nicht auf deinen widerlichen Stars-Arsch-Schauen. Los, bring's zu Daddy. Du willst das Kraut, hm? Aha! Du stoffst dir. In deine widerliche Fresse. Ja, geh vorbei! Na. Nee, wie... Oh, wie hebst du das Magazin disappear? Da hättest du mir ruhig die Zehn-Schuss geben können. Ich hör was. Echt? Den schwarzen. Oh. Toll, das war's mit der Munition. Oh, oh, oh. Ja. Toll. Jetzt bin ich gesperrt. Ja, ja. Achtung, Achtung. Wo? Heilige Scheiß. Episch gedorscht. Dammit, dammit! Geiler Zweikum. Geh' nicht zu weit raus. Nice! Hey, da oben ist ein Schatz. Höh! Oh, wow, wow, wow! Sind da jetzt nicht zwei? Ja. Und da bei einem wird der Ding hatchen. Achtung! Oh, fuck! Ja, willst du das Ding haben? Oh, okay. Granate, Granate, Granate. Das sind keine Granaten! Ja, warte, ich hab's, er ist ein Selbstproblem. Ja, du, ich hab den Schaufeltypen. Ich hab den Typen mit Stausch. Mit was? Mit dem Schnauzen. Ah, ha. Heißt du, ich hab den Schnauzen nicht irgendwie Muster? Ja, eben. Die A-Abkürzung Stash. Ja, guck, genau. Toll, wenn so ein Vieh schlüpft, kann ich auch nichts machen. Ja, du hättest nicht abhauen sollen. Ja, wir hätten das Ding nie ge... Oh. Was, nie wie in was? Du hättest nicht wegrennen sollen. Okay. Merk ich mir fürs nächste Mal. Wir müssen ihm das Ding. Yeah, right. Wie, wie können sie? Ah, Hohne machen. Echt? Nein. Aber das GPS funktioniert nicht. GPS? Verdammt, scheiße. GPS, wir folgen den... ...Maschinen. Railways. Genau. Voll creepy. Haha, das tut mir ja jetzt echt... Ja, ich tu's ja, weil ich geh kurz nach rechts. Ah, du bist schon da. Ja, komm mir jetzt, wenn du bist. Fuck, warte, fuck, wo ist die Schi... Da, und dann, hier. Damn it! Weißt du, ich glaub, wir laufen an, da und gegen die Wand. Oh, ich hab Wasser. Warte, 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 wir dürfen uns nie verlieren. So. Wir müssen immer nebeneinander laufen, genau. Oh. Da, da ist er. Wo ist er? Ah, ich seh die Fußspur. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, die... Warte, hab ich... Hab ich, ich jetzt gedreht, oder schau ich noch in die richtige Richtung? Damn it! Nee, nee, guck, 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 da ist, da ist der andere schon. Man kann den schon sehen. Na, ich, ich seh mich im Fernsehen. Scheiße, also... Also, du, du siehst Strings, ja? Ja, mich. Warte, warte, ich seh... Hä? Da ist er doch! Wo? Ah ja, ah ja, da! Ah ja, cool, ey! Ah ja, cool, ey! Oh shit, oh shit! Ah ja, cool, ey! Was? Nein, nice toot. Da muss ich noch keine... Da, Achtung, Achtung, komm! Ja. Ja, ich weiß, ich hab ihn gesehen. Schaufeltür. Warte! Ja. Fuck, du, hä? Das ist ein Genick, wenn ich mir kann. Ja, ich weiß, aber ich hatte Panik. Ja, jetzt habe ich keine Panik. Nein, du hast noch Ziemschuss. Ja. Ich seh nicht mehr. Okay. Hier geht nichts. Okay, jetzt habe ich Panik. Jetzt müssen wir dann immer vorbeirennen, oder? Wie wir beide in irgendeiner versifften Mine in Afrika unter Wasser sterben. Oh shit, ey, ey, hättest du den Typen nicht gekickt, hätt ich mir nicht... Ja, okay, aber... Ich muss die scheiß Vorhänge runterziehen, oder so... Ja, ey, bei mir ist schön dunkel. Ah... Ah, jetzt... Jetzt muss es gehen. Oh, ich muss mich... Nein, ich seh mich. Oh, ich muss... Ich seh... Ich seh mich nicht... Ich muss... Ja, okay, jetzt geht's eine Gemmaß. Ich muss meine Augen auf Chris fixieren. Mr. Redfield, wait. Okay. Okay. Oh, wirklich, bist du rot. Thanks. Dann seh... Ja, da... Du, ich seh dich im Dunkeln ein bisschen. Gut, wobei, ich bin gründet. Das sollte es mich noch besser sehen. Hm. Hm. Das läuft mir richtig. Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, ich laufe gegen eine Wand. Naja, schön stehen. Wow! Wo ist denn der? What the? Ah, hier ist er. Das war ein Fehler. Gott, wieso kickst du alle mit mit Plagas? Why, Punk? Why? Von wo kommen wir? Von hinten. Also ist hinten. Aha. Ja, an sich sie mir ist screwed. Nö, vorbeilaufen. Zwar... Jetzt! Oh! 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 Dammit, fuck! Versuch du doch mal! Oh! Goddammit, Chris! Hey, it works! That one is easy. Yeah, bro. Why, why kommen wir nicht von hier? Tuck! Ey, wir waren doch schon hinter ihm! Scheiße, das ist total sterben, Baby, ne? Wow! Ist er hier? Warte, Knife. Ja. Ja, super. Knife? Bist du irre? Okay, du hast Kick-Verbot. Weißt du, das Problem war? Ich hab das Messer rausgeholt. Wollte X drücken, aber da stand noch die Option fürs Knie. Er hat einfach gekniet. Aha. Also... Ge-ge-Knie-Attackt. Hier, Chris, nimm das! Danke, schäber. Bitte! Ach ja, Chris, hier, nimm das! Ach ja, Chris, hier, nimm das! Danke für die Hilfe. Danke. Danke. Da! Da, nimm da! Oh, du kannst ihn nicht mal nehmen! Haha, haha, haha! Ich brauche Ammo! Komm schon! Danke. Leer. Oh, wieso ist das Leer? Ja, weil ich dir meine Ammo ge- Ja, weil ich dir meine Ammo ge- Was hast du mit dem Auen? Oh, Kiss. Oh, fuck, da ist er ja schon. Ich seh ihn nicht. Wo ist er? Da! Wohohohoho! Ah! Right in front of me! Ah ja, jetzt seh ich ihn. Wo ist er in den Augen? Gott, Knie! Gott, Knie! Help me! Nicht kicken! Nicht kicken! Wo ist er? Hinter dir! Lauf! Lauf einfach weiter! Warte, warte! Nicht kangen! Ich weiß nicht, wo du bist! Ich lauf jetzt! Ja, ich bin hinter dir! Ich bin einfach hinter dir! Okay. Okay. Lauf, lauf, lauf! Fuck! Oh! Lauf, 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 lauf! Ja, lauf, 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 lauf! Ja, lauf, 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 lauf! Ja, lauf, 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 lauf! Fuck! Welche Schiene? Don't care! Die fliegen sowieso von überall runter! Äh, hoch! Warte, wie machen wir das mit dem Kurbeln? Warte! Oh, weh! Ich hab's geschafft! Los, Kurbel! Oh, scheiße, wie... Und nun? Weiß ich doch noch nicht... OHH! Fuck, ich komm! Scheiße, das können wir nicht machen! Sicher? Ja, kein, kein Plan, ich meine... so sobald ein Plager schlüpft, war's das weißt du was, dann rennen wir jetzt einfach vorbei ja so wie... aha, ohne ein Plager ja, weil anscheinend ist es ihm so dumm, dass er nicht schaffen kann, keine Plage zu verhindern ja und dann machen wir es noch ohne Licht ja hol das Ding aha, wo muss ich stehen? ja ich warte auf dich oh Gott, Chris da kommt's bist du in Redfield? ja also los oh, wo bin ich, wo bin ich, Jesus ich seh wow ich weiß gar nicht, wo ich hinrenne ja 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 toll wie wir den Schaufeltypen gedorscht haben ja kurz? ich muss kurz ein bisschen kurz ein bisschen kurz ein bisschen kurz ein bisschen ich bin hinter dem glaube ich zumindest ja, wo geht's lang? vorgeleinem Herzen aha okay, hier ah, ich hab's kurbel, 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 kurbel lauf warte, ich war noch nie hier, wo muss ich kurbeln? aha oh oh ich hab's gleich, ich hab's gleich ich hab's gleich oh hm äh, ja er fack wer, wer ich zuerst da gewesen wäre ich habe mehr, mehr Muni auf wenn้ wых w da ja da 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 ma ja